Grüezi miteinander, hause Leutenecker, Nationalturmer Olympiasieger, sitzen in meinem Flugzeug hinein. Ich fliege jetzt, weisst du, ich fliege auf A-Rosa Humor Festival. Jawohl, brauche eine Sonnebrille. Dort oben ist so schönes Wetter wie bei mir auf Gran Canaria, sehr schön. Also, dann rühren wir die Kiste jetzt an, jetzt mache ich den Englischfunk. Hallo, unser Tower, das ist der Hausi, gehört mich jemand? This is Tower, who is calling, go ahead. Warte, noch einmal, kennst du mich nicht? Ich bin der Olympiasieger. I read you as Hotel Bravo Charlie X-Ray. Wer redest du von Hotel Bravo? Ich habe eine Villa auf Gran Canaria, also. Charlie X-Ray, taxiing to runway 12. Wer, 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 taxiing? Taxing runway, spinnst du? Brauchen doch kein Taxi. Hock doch im Flieger rein, die haben den Waffeln ab, den Waffeln ab. You got winds from 110 degrees for nuts. Wer, nuts? Ich heisse nicht nuts. Leutenecker, der, komm ich geh zu Fuss. Ich geh zu Fuss, das bringt überhaupt nichts mit den dummen Suchen. Naja, komm, komm ich, ta kommt vor. Bis zum nächsten Mal.